Hallo und willkommen zurück. Wir sind immer noch beim Thema Prädikatenlogik, machen dort unsere ersten vorsichtigen Schritte. Und beim letzten Mal hatten wir uns dazu mit der Syntax der Prädikatenlogik auseinandergesetzt. Und damit ist es jetzt nur folgerichtig und logisch, dass wir als nächstes die Semantik der Prädikatenlogik anschauen. Mein Name ist Markus Krütsch. Willkommen zurück zur Theoretischen Informatik und Logik an der TU Dresden. Okay, Semantik der Prädikatenlogik. Ja, was war Semantik noch gleich? Semantik ist die Bedeutung. Klingt ein bisschen philosophisch. Mathematisch, technisch gesehen bedeutet das letztlich nur, dass wir jeder Formel irgendwie eine Funktionalität, wenn sie so wollen, zuweisen wollen. Und dann in der Regel natürlich, wenn wir logisches Schließen betreiben, interessiert uns die Funktion der Formel, die Bedeutung der Formel mehr als die syntaktische Struktur, die sie hat. Also wie was aufgeschrieben wird, ist das eine, aber uns interessiert vor allem, was es heißt. Okay, ich hatte schon erklärt, bei der Aussagenlogik ist es ganz einfach im Prinzip. Man kann sagen, jede aussagenlogische Formel kodiert eine Abbildung von Wahrheitswerten, von Eingabe-Wahrheitswerten auf eine Ausgabe. Das ist also eine Umrechnung, wie ein logischer Schaltkreis letztlich, Eingabe-Ausgabe. Und diese Funktion hat natürlich nur endlich viele verschiedene Eingaben entsprechend den Propositionen. Wie ist es jetzt bei den prädikatenlogischen Formeln? Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, denn Sie wissen, wir haben dort Atome, die innere Struktur haben. Und wir wollen natürlich diese innere Struktur, bei der ein Prädikat verwendet wird, was verschiedene Parameter erhält, die durch Terme dargestellt werden, die muss natürlich irgendwie mit in Betracht gezogen werden. Wenn wir die Bedeutung von so einer Formel festlegen wollen. Das heißt, wir können hier nicht einfach Wahrheitswert als Eingabe nehmen, sondern wir müssen mehr Informationen in der Eingabe haben. Und die muss irgendwie anders gegeben sein. Wie könnte das gehen? Zunächst einmal, das Wichtigste ist tatsächlich, wir müssen herausfinden, was bedeutet so ein Atom? Wie könnte diese atomare Formel interpretiert werden? Die Idee ist dann, dass wir, wenn wir das einmal haben, den Wahrheitswert von Formeln, genau wie in der Aussagenlogik, aus dem Wahrheitswert der Atome zusammensetzen können. Durch eine rekursive Definition. Beispiel. Ein mögliches Atom ist p von a, x. Sie wissen, a ist immer eine Konstante, x ist immer eine Variable bei mir, habe ich sie auch nochmal extra hingeschrieben. Also ein zweistelliges Prädikat mit zwei Argumenten, konstante Variable. Wie soll ich diesem Ausdruck jetzt einen Wahrheitswert zuordnen? Dazu muss man im Prinzip drei Fragen beantworten. Was bedeutet p? Was bedeutet a? Was bedeutet x? Was die Klammer und das Komma bedeutet, das können wir uns denken. Aber sonst ist so ziemlich alles Ungleiche. Was bedeutet p? Naja, p, wir hatten ja gesagt, das ist ein Prädikat. Und ich hatte das schon mal definiert als eine Art Funktion auf bool. Also das heißt, ein Ausdruck, der letztlich den Wahrheitswert zurückliefern sollte. Aber intuitiv gesehen, für die Modellierung, die ich vielleicht versuche, mit Hilfe von so einer Logik, kann ich mir Prädikatensymbole auch als Platzhalter für Relationen vorstellen, die eine gleiche Stelligkeit haben. Also ich hatte zum Beispiel die Nachfolgerreaktion SUG in einem Beispiel über natürliche Zahlen. Ich könnte aber auch eine Relation zwischen Menschen sagen und modellieren und könnte sagen, ich habe ein Prädikat, das heißt, hat Vater. Und das soll immer Paare von Objekten in Beziehung setzen, wenn das erste Objekt das zweite Objekt als Vater hat. Das ist auch eine Art von Relation. Das heißt also, Prädikate stehen für Relationen und die Stelligkeit der Relationen ist natürlich genau die Stelligkeit des Prädikats, also die Arrität. Okay, also P wäre in dem Fall eine zweistellige Relation oder ein Hinweis auf eine, würde eine darstellen. Was bedeutet A? A ist eine Konstante. Wofür stehen Konstanten? Na ja, für irgendwelche Elemente. Und allgemein sind das die Elemente, die in Relationen stehen können. Zum Beispiel die Personen, die in Vaterschaftsbeziehungen zueinander stehen könnten. Das wären mögliche Elemente. Sie sehen aber schon, da ist schon eine gewisse Interpretation nötig hier, weil ja auch nicht von vornherein klar ist, welche Elemente es eigentlich sind, über die wir reden. Reden wir über Personen? Reden wir über Zahlen? Über was redet die Logik eigentlich? Das ist auch nicht so offensichtlich. Aber es müssen irgendwelche Elemente sein und A muss ein solches Element kodieren. Und A als Konstante wird an jeder Stelle in der Formel, wo A auftritt, das gleiche Element repräsentieren. Auch wenn ich vielleicht nicht so genau weiß, welche Elemente ich hier überhaupt bespreche und was A dann für eins davon bedeutet. Aber überall, wo es auftaucht, muss es die gleiche Bedeutung haben. Okay, und was bedeutet dann X? X ist eine Variable. Na ja, Variablen stehen am Ende natürlich auch für Elemente. Aber in diesem Fall können verschiedene Vorkommen derselben Variable für verschiedene Elemente stehen. Also zum Beispiel, wenn Sie ein gebundenes Vorkommen und ein ungebundenes Vorkommen haben, erinnern Sie sich an das letzte Video, als ich darüber gesprochen habe, dann könnten die ganz unterschiedlich interpretiert werden. Die sind eben variabel und nicht konstant über die Formel hinweg. Okay, das sind also erstmal so die Grundideen, wie wir zu einer Interpretation von Atomen kommen. Wir können also zusammenfassend sagen, ein Atom wie zum Beispiel P von A, X ist wahr, wenn zwischen dem Element, für das A steht, und dem Element, für das X steht, die Relation besteht, für die P steht. Ja, also eine Menge Indirektion hier. Verschiedene Dinge müssen interpretiert werden. Und wenn das, was bei der Interpretation herauskommt, dann eine wahre Aussage ergibt, sozusagen, dann wird das Atom als wahr angesehen. Okay, soweit so abstrakt, aber das ist erstmal die Grundidee für Atome. Und jetzt möchten wir das irgendwie, ja, konkretisieren. Wir wollen irgendwie Definitionen dafür angeben und dafür verwenden wir zwei Konzepte, die ich nenne Interpretationen und Zuweisungen oder auch variablen Zuweisungen. Interpretation ist das erste, was ich definieren will. Also eine Interpretation, schreibe ich in der Regel als I, ist ein Paar, was man so ausdrückt. Sie wissen, geordnete Tuple schreibe ich gern mit solchen spitzigen Klammern, aber es ist einfach nur ein Paar. Und das Paar besteht aus zwei Dingen. Erstens, Delta I, das ist eine nicht leere Grundmenge von Elementen, die sogenannte Domäne. Deshalb Delta, weil D wie Domäne. Delta I ist also die Menge aller Dinge, die, oder aller Elemente, die in dieser Interpretation überhaupt verwendet werden, die in irgendeiner Relation vorkommen, die für irgendeine Konstante als Wert infrage kommen, die für irgendeine Variable als Wert infrage kommen. Und das zweite Teil, der zweite Teil einer Interpretation ist diese Interpretationsfunktion. Die schreibe ich hier mit einem Platzhalterpunkt und einem hochgestellten I. Diese Funktion bildet verschiedene syntaktische Dinge auf verschiedene Sachen ab. Was bildet die so ab? Zum Beispiel bildet sie Konstanten ab. Eine Konstante A in der Menge der Konstanten C würde auf ein Element A hoch I abgebildet, welches dann in der Domäne liegen sollte. Delta hoch I. Und auf der anderen Seite wird jedes n-stellige Prädikatsymbol P auf eine Relation P hoch I, die eine Teilmenge von der Domäne hoch N ist. N, das ist die Stelligkeit. Und Domäne hoch N ist also die Menge aller N-Tupel über dieser Domäne. Also eine Teilmenge davon ist einfach eine endstellige Relation. Das sollten Sie aus der Matte kennen. Okay. Das sind also die beiden Funktionalitäten, die diese Abbildungsfunktion für Interpretationen hat. Hätten wir jetzt über Funktionssymbole gesprochen in der Logik, das hatte ich gesagt, lasse ich erst mal weg, dann müsste auch damit noch irgendwas getan werden, würde die Interpretation noch einen dritten Anstrich kriegen. Kann ich mir hier zum Glück sparen. Was die Interpretation aber nicht tut, ist, sie beschäftigt sich nicht mit Variablen. Dafür haben wir die Zuweisung Z, Variablenzuweisung, für eine Interpretation. Das ist eine Funktion, die einfach von der Menge der Variablen auf die Domäne der Interpretation abbildet. Und deshalb auch wichtig, die Zuweisung Z ist immer eine Zuweisung für eine bestimmte Interpretation. Und die Zuweisung existiert nicht unabhängig, sondern die Zuweisung ist sozusagen ein Anhängsel für die Interpretation und dient lediglich der Interpretation der Variablen. Aber sie interpretiert die Variablen mit Werten der Domäne dieser Interpretation. Also sie erfindet nicht irgendwelche anderen Werte, sie hat keinen eigenen Wertebereich, sondern sie benutzt als Wertebereich die Domäne der zugehörigen Interpretation. Und nun gut, diese Funktion bildet also Variable auf Domänelemente ab. Ja, es gibt ansonsten noch ein paar Kurzschreibweisen zu kennen für eine Variable x und ein Element Delta in dieser Domäne. Schreiben wir Z mit eckigen Klammern x wird abgebildet auf Delta. Übrigens, dieser wird abgebildet Pfeil. Da sehen Sie, da macht man so einen kleinen Schlussstrich hier am Ende und dann den Pfeil daraus. Das ist nicht wie die Implikation. Dieser Pfeil hier, der wird auch oft verwendet in der Mathematik, ist der, mit dem man Wertebereich und Definitionsbereich einer Funktion angibt. Dagegen dieser Pfeil hier wird verwendet, wenn man einzelne Punkte in dem Definitionsbereich auf einzelne Werte abbilden will. Kleiner Unterschied. Ist in der Handschrift manchmal nicht so gut zu unterscheiden. Bei einigen Formen. Diese beiden, dieses Symbol verwendet man dafür also. Und was bedeutet das jetzt also? Z mit x auf Delta abgebildet, könnte ich das lesen. Und das soll bezeichnen, dieser ganze hier hervorgehobene Teil, die Zuweisung, die x auf Delta abbildet und alle anderen Variablen, die nicht gleich x, einfach auf den ursprünglichen Wert abbildet. Das heißt, wir nehmen z, so wie es gegeben ist, und verändern den Wert für x, so dass er jetzt Delta ist. Und alles andere bleibt gleich. Und das schreiben wir so auf. Ja, okay. Gut, das ist eine sinnvolle Kurzschreibweise, die wir brauchen werden für die Definition der Semantik. Okay, also zusammengefasst. Es gibt Interpretationen, die sind zuständig für die Konstanten und für die Prädikate. Und es gibt Zuweisungen für Interpretationen, die sind zuständig für die Variablen. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht ja, warum trennt man das überhaupt? Kann ich nicht einfach sagen, die Interpretationen sind auch für die Variablen zuständig? Und die Antwort lautet, ja, das könnte man machen. Also es gibt keinen grundsätzlichen Grund dagegen. Der Grund, warum ich das hier trenne und warum das oft in der Literatur getrennt wird, ist, dass wir, um die Definition der Semantik anzugeben, die Belegung der Zuweisung immer mal ändern. Die Variablen sind variabel. In verschiedenen Zusammenhängen für verschiedene Teilformeln werden die Zuweisungen für die gleiche Variable vielleicht einen anderen Wert benutzen oder betrachten. Wohingegen der Teil, den ich hier als Interpretation bezeichne, der also die Konstanten und die Prädikate mit einer Bedeutung belegen soll, der bleibt immer für die ganze Formel gleich. Der ändert sich nicht. Also insofern, um das ein bisschen auseinanderzunehmen, trenne ich diese beiden Konzepte. Manche Autoren gehen auch noch weiter und trennen bei der Interpretation noch mal den Teil, der für die Konstanten zuständig ist und machen daraus eine Terminterpretation, die also nur den inneren Teil interpretiert. Und die Interpretation selbst ist dann die Struktur über den Prädikaten, wo die Relationen herauskommen. Kann man auch machen. Ja, man hat noch ein Ding mehr. Und bei uns ist das nicht wirklich nötig, weil die Terminterpretation nicht viel macht. Der einzige Term, den wir hier überhaupt berücksichtigen müssen, sind ja die Konstanten, da wir keine Funktionssymbole haben. Okay, also Sie sehen, an meinen Nebenbemerkungen erkennen Sie auch, Logik ist nicht gleich Logik. Das denkt man vielleicht manchmal, ja, die Mathematiker, die sind immer so präzise, die haben für alles ganz eindeutige und einheitliche Arten das zu definieren. Pustekuchen haben sie nicht. Oftmals lese ich drei verschiedene mathematische Texte, kriege ich drei verschiedene Definitionen von dem gleichen Konzept. Das liegt auch daran, dass für Mathematikerinnen die Idee dahinter wichtiger ist, als die konkrete Definition. Mathematiker sind sehr stark darin, die Definition dynamisch zu ändern. Die kriegen eine neue Definition und können gleich damit arbeiten. Und selbst wenn sie die Definition nicht kriegen, können sie eine Zeit lang damit arbeiten, ohne dass sie verwirrt sind. Das ist eine sehr große Stärke von Menschen, die abstrakt denken können, dass sie mit Unbekannten arbeiten können und da sehr flexibel sind, sich nicht auf etwas Bestimmtes festlegen. Hat aber nicht immer nur Vorteil. Manchmal ist so eine gewisse Standardisierung auch ganz praktisch, aber es ist halt keine Programmiersprache, die Logik, sondern nur eine mathematische Ausdrucksweise. Und das kann sich von Autor zu Autor und von Vorlieben zu Vorlieben und von Kontext zu Kontext auch mal unterscheiden. Solange man im Wesentlichen das Gleiche meint, lassen sich trotzdem die Dinge, die man schon verstanden hat, oft ganz gut übertragen. Aber ja, das ist dann der zweite Schritt. Also für so eine Vorlesung wie die hier ist es ratsam, wenn man sich an der Syntax festhält, die man hier hat. Und erst wenn man mehr damit arbeitet, über längere Zeit, vielleicht auch im Forschungs- oder Anwendungsgebiet, wo das vorkommt, dann bekommt man so ein Gefühl dafür, was ist jetzt wichtig und was kann ich auch mal anders machen, wenn es praktisch ist. Okay, also Interpretation, Zuweisung, unsere beiden Anfangskonzepte, um die Semantik von Prädikatenlogik zu definieren. Als nächstes möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, wie diese Sachen funktionieren, damit wir noch ein bisschen besseres Gefühl dafür kriegen. Bis jetzt habe ich ja noch nicht gesagt, wie Wahrheit entsteht hier für die Formel. Bis jetzt sind wir immer noch auf einer relativ niedrigen Ebene. Wir haben bisher nur gesagt, wie die Teilkomponenten interpretiert werden von der Formel. Beispiel. 0 ist eine natürliche Zahl und jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger, der ebenfalls eine natürliche Zahl ist. Das hatte ich schon mal als Beispiel angegeben, intuitiv. Und jetzt sehen wir, das ist tatsächlich eine Formel nach meiner Syntax. Natnum von 0 und für alle x. Wenn x eine natürliche Zahl ist, dann gibt es ein y, sodass x den Nachfolger y hat und y auch eine natürliche Zahl ist. Das müsste ich jetzt interpretieren. Das ist erstmal nur Syntax, eine Zeichenkette. Die hat noch keine Bedeutung. Wie kann ich die interpretieren? Ich kann zum Beispiel eine Interpretation aufstellen, bei der, die nenne ich i, wie die meisten Interpretationen, mit denen ich hier arbeite, bei der die Domäne die Menge der reellen Zahlen ist. Kann ich machen. Das ist einfach eine Menge. Ich habe nur gefordert, die Domäne muss nicht leer sein. Es sollte irgendein Element darin geben. Und selbst das ist von geringem Belang. Es gibt auch Mathematiker, die das manchmal weglassen. Kann man auch machen. Da ändern sich ein paar Details. Aber es ist nicht so schlimm. Okay, aber wir nehmen nicht leere Mengen und wir nehmen die Menge der reellen Zahlen. Insofern, die konstante Null soll interpretiert werden als ein Element aus dieser Menge. Muss ja sein. Und da nehmen wir natürlich die Null naheliegenderweise. Das Prädikat, das einstellige Prädikat Natnum, interpretiere ich als die Teilmenge der natürlichen Zahlen, die ja auch in den reellen Zahlen enthalten sind. Und die Relation SUG interpretiere ich, also das Prädikat SUG interpretiere ich als die zweistellige Relation, in der all die Paare vorkommen von Elementen D und E. Für die gilt, D ist echt kleiner als E. Und Sie sehen schon, das ist ein bisschen eine gewagte Interpretation. Also wenn ich jetzt den Nachfolger im Kopf habe, wie ich ihn aus den natürlichen Zahlen kenne, plus 1, dann ist das natürlich nicht unbedingt die richtige Interpretation. In diesem Sinne. Echt kleiner zu sein. Das heißt, es gibt viele Nachfolger für jede Zahl und ist vielleicht nicht das, was ich ursprünglich gemeint habe. Aber ich kann so eine Interpretation aufstellen und diese Dinge so festlegen. So, damit habe ich jetzt also alles, was hier vorkommt, bestimmt. Die beiden Prädikate und die Konstante. Für weitere Sachen muss ich mich nicht kümmern. Das definiert alles, was ich hier brauche für diese Formel. Unter dieser Interpretation wäre zum Beispiel das Atom Natnum von 0 wahr. Weil der Wert, als den ich 0 interpretiere, sprich die Zahl 0, und enthalten ist in der einstelligen Relation, auch bekannt als Menge, die ich dem Prädikat Natnum zuordne. Das übrigens, ne? Also eine Relation aus 1-Tupeln ist einfach eine Menge. Ein 1-Tupel ist einfach ein Element, da muss ich nichts weiter kapseln. Okay, also das heißt, 0 ist in dieser Menge und deshalb wäre das wahr, dieses Prädikat. Das wäre also die Idee. Und wir könnten dann also schreiben, dass Atom insgesamt Natnum von 0 interpretiert, ist gleich 1. Also da kommen wir jetzt plötzlich zum Wahrheitswert. Auf die Art haben wir Endliches geschafft, ein Atom mit einer Bedeutung zu versehen, die mit Wahrheit, mit Wahr oder Falsch zu tun hat. Okay. Das also, der Beginn des Beispiels, ich setze das fort, merken Sie sich mal, was wir hier alles zugewiesen haben. Wir bleiben beim gleichen Beispiel, bei der gleichen Formel und wir betrachten weiterhin die gleiche Interpretation und nehmen jetzt hinzu eine Zuweisung z, die die Variable x auf 42 abbildet und die Variable y auf 5. Auch das sind beides reelle Zahlen, auch natürlich hier nebenbei. Unter dieser Interpretation und dieser Zuweisung wäre das Atom SUG von x,y falsch. Warum? Weil x von z als 42 interpretiert wird und y von z als 5 interpretiert wird und 42,5 ist kein Paar, welches ich in dieser Relation SUG interpretiert finde. Ja, weil die SUG-Relation war ja gerade die Menge der Paare, bei denen der erste Teil eine kleinere Zahl ist als der zweite. Und 42 ist nicht kleiner, 5, also ist das nicht da drin. Das heißt, das wäre jetzt mal ein Beispiel für ein falsches Atom und das heißt, ich könnte schreiben, SUG x,y hoch i,z ist gleich 0. Ja, und Sie sehen, hier brauche ich jetzt zusätzlich zum i auch das z, weil ohne das z wüsste ich gar nicht, wofür x und y stehen. Und dann könnte ich auch nicht sagen, dass das war oder falsch ist, was hier steht. Ich brauche diese Bewertung. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt zwei Fälle gesehen. Einmal war es wahr, einmal war es falsch, einmal mit und einmal ohne Variablen. Eine kleine Anmerkung steht hier noch geschrieben. Im Allgemeinen geben wir bei Interpretationen und Zuweisungen nur Belegungen an, für die die Auswertung einer, die für die Auswertung einer gegebenen Formel relevant sind. Deshalb habe ich zum Beispiel hier eben nur x und y definiert und nicht für alle anderen Variablen z auch noch festgelegt. Rein technisch gesehen ist natürlich jede Zuweisung auf allen Variablen definiert. So habe ich es einmal definiert. Ich habe geschrieben, es ist eine Funktion von Variablen zu Elementen der Domäne oder von der Menge aller Variablen zu der Domäne. Aber es ist natürlich klar, Variablen, die gar nicht vorkommen, brauche ich auch nicht definieren. Das heißt, die lasse ich einfach weg. Und genauso werde ich oft einfach das z komplett weglassen, wenn überhaupt keine Variable vorkommt, die interpretiert werden muss. Siehe unser erstes Beispiel, da habe ich auch nur Atom interpretiert geschrieben und gar nichts über irgendein z gesagt, weil da keine Variable vorkommt. Okay. Gut, das ist also das zweite Beispiel und jetzt wissen wir im Prinzip schon alle wichtigen Dinge. Wir haben also eine Interpretation und eine Variablenzuweisung und diese Dinge, diese beiden gemeinsam sind auf jeden Fall genug, um jedes beliebige Atom mit einem Wahrheitswert zu versehen. Weil ich alles, was das Atom ausmacht, die Konstanten, die Variablen und das Prädikat selbst interpretieren kann oder mit der Zuweisung bestimmen kann und dann kann ich prüfen, ob das, was dann dort geschrieben steht, stimmt oder nicht. Also ob die entsprechend interpretierten Argumente in der entsprechend interpretierten Reaktion nun enthalten sind oder nicht. Und ab da bin ich auf Wahrheitswerten und wenn ich einmal Wahrheitswerte habe, dann ist alles ganz einfach, dann kombiniere ich die Dinge fast wie in der Aussagen. Okay. Das ist das, was jetzt hier formal nochmal aufgeschrieben steht. Sei also i eine Interpretation und z eine Zuweisung für diese Interpretation i. Ich definiere mir eine allgemeine Schreibweise für eine Konstante c schreibe ich c hoch i, z für die Interpretation dieser Konstante. Das heißt, ich schreibe hier, wenn ich das z hinzuschreibe, obwohl ich es gar nicht brauche, ist das auch okay, dann ist das einfach die interpretierte Konstante. Für eine Variable x schreibe ich auch x hoch i, z und meine damit den Wert, den x unter dieser Zuweisung hat. Und der Vorteil von diesen Schreibweisen ist natürlich, die scheinen erstmal ein bisschen komplizierter, aber der Vorteil ist, ich kann die gleiche Schreibweise verwenden, egal ob da eine Konstante oder eine Variable steht. Mit dieser Ausdrucksweise kann ich jeden Term auch irgendein Element der Domäne abbilden mit der entsprechenden Methode. Entweder interpretiere ich ihn oder ich mache die Zuweisung. Okay. Und somit kann ich dann definieren für ein Atom, welches allgemein so eine Form hat, p von Term 1 bis Term n für die Arität n, da würde ich jetzt sagen, dieses Atom soll von i, z auf 1, also auf v abgebildet werden, wenn gilt, dass das n-Tupel aus Domänelementen, was ich erhalte, wenn ich all diese Terme interpretiere, beziehungsweise zuweise, als Tupel enthalten ist in der Relation, die ich bekomme, wenn ich das Prädikat interpretiere. Also, wie ich schon gesagt hatte, eine Menge Indirektion, aber eigentlich ganz einfach. Und genau das Gleiche passiert hier. Ich habe also den Fall, dass ein Atom falsch abgebildet wird oder 0, wenn das Tupel, was ich herausbekomme, wenn ich diese Terme alle interpretiere oder zuweise, nicht in dieser Relation enthalten ist, für die p steht. Ja, also, alles steht für irgendetwas und ich muss es nur, ich muss nur schauen, für was es steht, dann weiß ich, ob die Aussage, die das Atom macht, nun wahr ist oder falsch, als Atommacher Aussage. Okay, gut. Wie gesagt, die Konzepte sind relativ einfach. Die Notation muss man sich trotzdem erstmal verinnerlichen, damit man damit arbeiten kann. Und ich sehe es sehr oft, was zum Beispiel häufig vorkommt in Prüfungen und immer wieder mal gerne vorkommt in Prüfungen, sage ich mal, ist die Aufgabe, eine Interpretation anzugeben. Also geben Sie eine Interpretation an. Und das, wir haben ja gerade eine gesehen, ja, ich muss die Domäne halt angeben und ich muss für jedes Prädikat sagen, welche Relation dahinter steckt und ich muss für jede Konstante sagen, welche Interpretation, was dahinter steckt. Das scheint erstmal nicht so kompliziert zu sein, aber es stellt sich heraus, dass es tatsächlich die allermeisten sehr schwer finden, so eine Aufgabe zu lösen und nicht nur also die korrekte Interpretation anzugeben, sondern überhaupt irgendeine anzugeben, die die Form einer Interpretation hat. Ja, also es wird ganz stark vergessen, was gehört eigentlich zur Interpretation dazu, was machen die alles. Das geht ganz schnell wieder verloren. Das ist jetzt vielleicht an der Stelle für Sie überraschend, weil das ist ja irgendwie was ganz Grundlegendes, ja, in der Prädikatenlogik, das ist die Semantik, das ist die Bedeutung der Formeln, was wenn ich das vergesse, was weiß ich dann überhaupt noch über die Prädikatenlogik, aber es ist eben so, dass viele Verfahren, viele Algorithmen, die man hat, um mit prädikatenlogischen Formeln zu arbeiten, sind so strukturiert, so strukturiert, dass man auf den syntaktischen Formeln arbeitet. Also man berechnet etwas aus den Formeln und erhält neue Formeln und dann hat man irgendwas erkannt. Das heißt, Interpretationen kommen gar nicht so oft ins Spiel. Also, aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn man vergisst, was es gewesen ist, denn dann weiß man nicht mehr, worüber man eigentlich spricht. Also, all die Algorithmen, die wir noch kennenlernen werden, sind ja nur deshalb nützlich und nur deshalb überhaupt spezifiziert worden, weil sie etwas über Interpretationen ans Licht bringen. Und wenn man nicht mehr weiß, was das war, dann weiß ich auch nicht, wozu man den Algorithmus dann noch braucht. Okay, also Interpretationen sind eine wichtige Sache. Die Verwirrung, die hier leicht entsteht, ist natürlich auch dadurch geschuldet, dass wir diese verschiedenen Ebenen haben, in den Parameter und dann eben auf der äußeren Ebene die Atome auftauchen und dass wir die Ebenen auch nicht übertrieben genau trennen. Also, wir verwenden ähnliche Notationen für auch verschiedenen Levels. Hier sehen Sie hier oben und da unten eins davon. Also, da gibt es hier nochmal eine Warnung für Sie. Wir verwenden Interpretationen und Zuweisungen auf zwei Ebenen, die wir nicht verwechseln sollten. Einerseits nutzen wir sie, um Terme auf Elemente abzubilden. Da schreibe ich sowas, T hoch I, Z ist ein Domänelement, interpretiere den Term und zweitens verwende ich sie, um Atome auf Wahrheitswerte abzubilden. Also, A interpretiert mit Zuweisung ist entweder 0 oder 1, wenn A ein Atom ist, mit der inneren Struktur, die ich hier nicht aufführe. Okay. Also, das kann vielleicht verwirrend sein, andererseits, ja, so schlimm verwirrend ist es jetzt auch nicht, oder? Man muss halt bloß einmal im Kopf getrennt haben, damit man nicht dann später sich wundert, was passiert hier eigentlich. Okay. Damit können wir jetzt also Atome interpretieren. Und wenn man Atome interpretieren kann, hat man, wie schon gesagt, im Prinzip das Wesentliche geschafft, denn ab da geht es bergab, im positiven Sinne, dann ist das schwerste Stück schon erledigt, denn wie man jetzt zum Beispiel herausfindet, was Atom 1 Konjunktion Atom 2 bedeuten soll, das können Sie sich selber denken. Wenn ich weiß, ob die Atome wahr sind, dann weiß ich auch, ob eine Konjunktion aus denen wahr ist, wenn ich die Konjunktion einfach ganz normal, wie in der Logik immer als ein Und interpretiere. Und genau so ist es auch. Die Wahrheitswerte von Formeln entstehen, indem man die Wahrheitswerte der Teile entsprechend der Operatoren zusammensetzt, genau wie in der Aussagenlogik. Das einzige Neue ist, dass wir Quantoren haben und wie die funktionieren, formal auch funktionieren, darüber wird vielleicht noch ein Moment zu reden sein. Hier haben wir alles schön auf einer Folie. Die Darstellung hier folgt dem, wie Sie es auch schon aus der Aussagenlogik kennen und dort gesehen haben. Eine Interpretation I und eine Zuweisung Z für I erfüllen eine Formel F. In Symbolen schreibe ich das, indem ich schreibe I, Z. Ich will jetzt nicht impliziert sagen, aus I und Z folgt F oder I und Z erfüllt F, wie ich schon gesagt hatte, wenn eine der folgenden rekursiven Bedingungen gilt. und das kann sowieso nur eine gelten, je nachdem, welche Form die Formel F hat. Ist nur eine der Zeilen überhaupt relevant. Aber die Definition ist dann wieder rekursiv. Wenn F ein Atom ist, dann müssen wir einfach den Wahrheitswert so bestimmen, wie ich es gerade erklärt habe. Wenn es eine Negation ist, dann drehe ich einfach das Erfüllen und Nichterfüllen um, genau wie die Aussagenlogik. Wenn es eine Konjunktion ist, müssen beide Teile erfüllt sein und hier wieder der negierte Fall, also die Konjunktion wird nicht erfüllt, wenn eines der beiden nicht erfüllt ist. Disjunktion ist genau Dual, Implikation nicht, die Vorbedingung oder die Konklusion muss gelten und verletzt ist es, wenn die Vorbedingung gilt, aber die Konklusion nicht. Äquivalenz, wenn beide gleich gelten, also entweder beide gelten oder beide nicht gelten und jetzt kommen die Quantoren, also das ist alles das gleiche wie die Aussagenlogik, haben wir jetzt schon einige Male besprochen. Wie funktionieren die Quantoren? Die funktionieren so, dass wir einen Ausdruck der Form für alle x gilt g so interpretieren, dass wir sagen, das Ganze ist wahr, wenn i, z mit x ersetzt durch Delta g erfüllt für alle möglichen Werte Delta. Aus der Domäne. Also, ich wandle z, das z, was ich bisher verwendet habe, so ab, dass der Wert für x jetzt auf ein bestimmtes Delta gesetzt wird und das probiere ich mit allen Deltas, die in meiner Domäne vorkommen, wenn die alle, wenn für jeden denkbaren Wert die Formel g erfüllt wird, dann gilt dieser Allquantor. Und der Existenzquantor ist genau dual, da sage ich, es muss der, die Interpretation mit der Zuweisung, bei der x auf ein Delta abgebildet wird, für mindestens ein solches Delta, für einen Wert aus der Domäne, die Formel g erfüllt. Also, es muss eine mögliche Art und Weise geben, das x zuzuweisen. Auch hierbei ändert sich die Bedeutung von x. Ich schreibe auf oberster Ebene hier i, z erfüllt f und dieses z hat vielleicht schon eine Art x zu interpretieren, aber wenn ich jetzt hier in die Rekursion reingehe, dann ändere ich die Bedeutung für x, indem ich sie auf den Wert Delta setze und prüfe, ob das noch gilt. Und ich muss so ein Delta finden. Okay, gut. und die Dualen sind dann immer entsprechend genau das Gegenteil. Also der Allquantor ist verletzt, wenn es für mindestens ein Delta verletzt ist. Der Existenzquantor ist verletzt, wenn es für alle Delta verletzt ist. Also Sie sehen, es ist genau der Allquantor negiert ist der Existenzquantor und umgekehrt. Okay, das ist also die Definition von Wahrheitswerten auf prädikatenlogischen Formeln und jetzt können Sie natürlich fragen, wenn man das so definiert, ja, ich hatte bei Aussagenlogik gesagt, eine aussagenlogische Funktion hat als Bedeutung, oder Proposition hat, Formel, eine aussagenlogische Formel hat als Bedeutung, dass sie eine Funktion kodiert von Input Wahrheitswerten auf eine Ausgabe Wahrheitswert. Was ist dann in dem Sinne die prädikatenlogische Funktion? Naja, der Input ist die Interpretation mit der Variablen Zuweisung unter Umständen und der Output ist wieder Ja oder Nein. Das heißt also, ich habe eine Funktion, die auch wieder in Buhlschen Wert zurückliefert, durch die Formel kodiert, aber die Eingabe sind nicht Wahrheitswerte, sondern die Eingabe ist eine Interpretation und so Z und das ist vielleicht ein bisschen , wirkt jetzt vielleicht erst mal ein bisschen unmotiviert, das sieht also irgendwie natürlich, aber eine Interpretation ist so eine seltsame Struktur und dann noch diese zweite seltsame Struktur, das Z abzubilden auf dem Wahrheitswert, ja warum wollten wir das überhaupt machen? Und eine Antwort, die man geben kann, ist natürlich, naja, weil Prädikatenlogik uns erlaubt, viele Dinge zu modellieren und weil das eine sinnvolle Interpretation für die Semantik ist und das weiß geht, ja. Aber man kann auch sich konkrete Fälle vorstellen, und dazu werde ich nochmal kommen später, man kann zum Beispiel die Interpretation als Datenbank verstehen. Was ist eine Datenbank? Naja, eine Relationale Datenbank, eine Menge von Tabellen, ja. Was ist eine Tabelle? Eine Tabelle ist eine Relation, also eine Menge von N Tupeln für eine bestimmte Stelligkeit, wenn Sie mal die Datentypen und all das vergessen, was man in Datenbanken noch hat, in jeder Datenbank Tabelle stehen N Tupel drin und das heißt also wir können eine konkrete Datenbank in der also eine Datenbank Instanz wenn Sie so wollen in der also eine bestimmte Menge an Daten drinsteht in den Tabellen können wir auslegen als eine Interpretation nämlich eine Interpretation bei der jede Tabelle genau die Relation kodiert die wir für ein bestimmtes Prädikat festlegen und eine Formel was macht die dann die bildet so eine Datenbank Instanz ab auf wahr oder falsch das können wir als Anfrage verstehen zum Beispiel also ich kann prädikaten logischer Formeln wie Datenbank Anfragen mir vorstellen hat natürlich die Beschränkung Datenbanken sind in der Regel endlich und Sie haben schon gesehen an dem Beispiel was ich Ihnen vorgegeben habe mit der Interpretation Interpretation müssen nicht endlich sein und das macht sie auch so ein wie soll die Eingabe überhaupt aussehen also eine Interpretation die die reellen Zahlen als Domäne hat und dann irgendeine Relation über die reellen Zahlen verwendet für ein Prädikat das kann ich natürlich nicht endlich als Eingabe für ein Computerprogramm mir vorstellen sondern das ist erst mal rein mathematisch so wenn ich mich auf endliche Interpretation beschränke kann ich noch ein Beispiel 0 ist eine natürliche Zahl hatten wir gerade schon gesehen dieselbe Formel wie eben und die Interpretation haben sie auch schon gesehen ist auch die gleiche wie eben reelle Zahlen 0 auf 0 Nat Num werden die natürlichen Zahlen in den reellen und der Nachfolgerrelation ist die echt kleine Relation aber nicht unbedingt der echte Nachfolger dann gilt I macht F war und zwar unter jeder beliebigen Zuweisung warum unter jeder Zuweisung naja weil F keine freien Variablen enthält das heißt um F zu interpretieren muss ich nicht festlegen worauf x oder y abgebildet werden um F zu interpretieren das könnten Sie jetzt nachvollziehen wenn Sie hier diese Rekursion durchgehen F ist eine Konjunktion von zwei Formeln muss ich also prüfen ob der erste Teil und der zweite Teil erfüllt sind und dann müsste ich testen ob der zweite Teil auch erfüllt ist das ist eine Formel der Form für alle x gilt etwas und um zu testen ob die erfüllt ist oder um das zu bestimmen müsste ich hier nachschauen in der Tabelle das gilt dann wenn i für jede Belegung von x über der Domäne die Formel erfüllt das heißt in dem Moment wo ich hier mich um diese Teilformel kümmere in der x vorkommt muss ich schon in diesem Schritt der den Alquantor behandelt also der hier ist auch eine Belegung für x mit einführen also deshalb brauche ich vorher kein z ich brauche kein z auf pardon ich brauche kein z auf oberster Ebene weil es gibt hier keine Variablen und bevor ich das erste Mal x als Variable brauche habe ich den Quantor stehen und da werde ich sowieso den Wert für x überschreiben an der Stelle das heißt für die Teilformel brauche ich dann einen Wert für x aber dieser Wert wird durch den Quantor bestimmt und bei y ist genauso das kommt auch nur gebunden vor ok und was ich jetzt behaupte ist dass i also diese Formel erfüllt und ein bisschen habe ich ja schon argumentiert wie man das jetzt ausrechnen könnte natnum 0 wissen wir schon dass es gilt der zweite Teil muss jetzt auch gelten dafür muss gelten dass für jedes beliebige Delta was ich jetzt für x mir denken könnte wenn gilt wenn dieses Delta in natnum ist also mit anderen Worten wenn es eine natürliche Zahl ist unter den reellen dann muss es ein y geben welches ein Nachfolger ist in dieser Relation SUG und ebenfalls in natnum liegt naja und in SUG liegen alle Dinge die irgendwie größer sind darunter liegen sind sicherlich auch natürliche Zahlen also das heißt so ein Element aus den reellen Zahlen was irgendwie größer ist als die aktuelle Zahl und auch wieder eine natürliche Zahl ist das finde ich in jedem Fall und damit ist klar dass das gilt deshalb gilt die ganze Formel ok gut also so haben wir das können wir das jetzt validieren und wir sehen also auch diese Interpretation die vielleicht nicht gerade die ist die wir uns ursprünglich gedacht hätten bei dieser Formel ja zum Beispiel bei SUG ist es ein bisschen eine seltsame Interpretation diese Interpretation würde wäre ein mögliches Modell sagt man von dieser geschlossenen Formel von diesem Satz ok Notation das hatte ich schon erwähnt wir lassen die Zuweisungen einfach weg wenn sie keine Rolle spielen ok gut das soll es gewesen sein für die Semantik ich schließe ab mit einer weiteren Logelei über die sie gerne nachgrübeln können wir kehren zurück auf das ins Inselreich der Wahrheitssager und Lügner also Typ W und Typ L Menschen und ich habe diese schönen Beispiele hier von Smalien übernommen der ein Buch über Mathematical Logic mit hauptsächlich unterhaltsamen Beiträgen zu diesem Thema geschrieben hat und da gibt es eine Menge Logeleien drin zum Beispiel diese hier Smalien fragte also die Bewohner nach ihren Rauch Gewohnheiten entfernt das Inselreich und jetzt rauchen die Leute auch noch also naja so ist das beschrieben und ich bleibe beim Original von Smalien und er hat also verschiedene Antworten dazu erhalten bezüglich der Frage wer wo raucht und die möchte ich Ihnen mal hier zeigen auf Insel A antwortete jeder der Bewohner jeder der hier vom Typ B ist raucht auf Insel B antwortete jeder der Bewohner einige von uns hier sind von Typ L und rauchen auf Insel C hatten alle den gleichen Typ das wusste man schon und jeder von ihnen sagte falls ich rauche dann raucht jeder hier und auf Insel D hatten auch wieder alle den gleichen Typ und jeder sagte einige hier rauchen aber ich nicht was wissen wir jeweils über die Gewohnheiten wer raucht wer raucht nicht wissen wir es überhaupt gibt es hier klare Fälle wo alle oder manche lügen oder die Wahrheit sagen darüber wird noch zu reden sein ich lasse es erstmal so bei Ihnen Sie können in Ruhe darüber nachdenken und in den nächsten Videos werden wir uns dann ein bisschen mehr annähern dieses Problems und auch sehen wie man das erstmal so als Sprache nur gegeben hat wie man das in das System der Prädikatenlogik überführt um dann konkret mathematisch auch darüber zu sprechen wer hier den recht hat oder was man hier wissen kann alles klar das soll es also zu zu verwenden wie es ja an vielen anderen Stellen gebraucht wird also für uns ist die Logik jetzt das Thema und wir wollen die nicht allzu sehr verkürzen sondern wir wollen schon genau nehmen was da steht also deshalb wichtig und ich hatte erwähnt man muss sich für viele Schreibweisen und Konventionen wie Dinge benannt werden und Begriffe erstmal ein bisschen erwärmen aber wenn man es erst und was die bedeutet haben dann soll das ganz einfach sein dem Rest auch weiterhin zu folgen ok wohin wollen wir als nächstes naja wir wollen natürlich in Richtung logisches schließen das ist die wichtigste Berechnungsaufgabe die wir mit Logik verbinden in der Informatik und dazu müssen wir zunächst noch mal darüber sprechen was man jetzt einschließen kann jetzt haben die Semantik definiert aber wo kommt das schließen das schließen das schließen das schließen Vielen Dank.